He he, Freunde, schaut euch das, Mann! Ich hab die beste Waffe, die es gibt! Ich bin ein richtiger Krieger! Wow! He he! Obwohl, ich hab einfach nur einen Stopp, Freunde. Das ist voll schlecht! Aber, ich werd immer besser, denn heute werdet ihr die OP-ste Waffe kriegen in ganz Roblox! Dann schaut euch das, Mann! Ich kann hier trinken... Bapp, 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 bapp! Hä? Junge, Alter, die haben mir auch kalt gemacht! Junge, das sind einfach wütende Dummies! Zick, zack, guck mal, salto, boom! He he! Ihr habt keine Chance! Ich hab schon... Ey, ich hab vier Kills! Ich hab vier Kills-Streak! Äh, Freunde, aber ich mach noch immer nicht so viel damage! Ich will noch stärker werden! Guck mal, ich bin Super-Syreden-Modus, Freunde! Bah, die krieg ich auch noch! Ich kriege richtig viele Münzen dazu! Freunde, ey, ich glaub, wir können uns richtig krass Waffen jetzt kaufen! Warte mal, jetzt müssen wir uns... Jetzt müssen wir wahrscheinlich zum Schmied gehen und uns ne krassere Waffe machen! LOL! Alter! Bam! Ey, wir basteln ein bisschen und zack, zack, zack! Jetzt haben wir hier sogar einen dornigen Stab! LOL! Ey, warte mal, wie stark ist der jetzt bitte sehr? Ey, wir probieren mal aus! Boom! Ey, schaut das mal an! Die Leute machen jetzt viel mehr Damage! Ey, wisst ihr was? Ich geh jetzt direkt hier wieder zu diesen Mobs und werd jetzt killen und werd ganz viele Coins verdienen! Bam! Hehe! Und ey, Freunde, ich glaub sogar, ich krieg immer mehr Münzen, wenn ich die kill! Schon 300 Stück, Freunde! Boom! Siebener Killstreak! Achter Killstreak! Bam! Und hier sind ganz viele! Zack, zack, zack! Ey, Freunde, nebenbei! Schau mal da! Ey, da gibt's einfach noch Pets, Freunde! Und ich will der Beste werden! Und momentan... Äh, Freunde, wir sind der zweit schlechteste! Das gibt's doch nicht! Hä? Schau mal, Junge! Schau mal, was der hat! Junge, der hat eine UFO-Kuh als Pet! Und was hat der da für eine Waffe? Junge! Alter, der sieht richtig krass aus! Ey, den können wir 100% überholen! Warte mal! Der ist nur ein Level über uns! Okay, den werden wir überholen, Freunde! Und wenn wir nicht krassen werden, dann werd ich Robox ausgeben! Ich sag euch das ehrlich! Hier, guck mal! Basteln uns hier sofort! Zack, das nächste Schwerk! Und... LOL! Alter! Junge, guck mal! Ey, Freunde, seht ihr das? Das gibt uns viel mehr Münzen! Alter, das ist ja richtig OP! Hä? 300? 2500? 500 und Pilze? Was denn? Bitte sehr Pilze, hä? Okay, eine Sache weiß ich, Freunde! Ich will jetzt noch viel stärker werden! Und... Hä? Schau mal! Ich kann mir ein Pet kaufen! Und ich kann mir sogar ein Pet für Robox kaufen, Freunde! Soll ich das machen? Machen wir später! Als allererstes kaufen wir uns hier ein Pet! Und let's go! Komm schon, irgendwas Cooles muss ich hier rauskommen! Boom! Ich hab einen Hund bekommen! Mann, der ist voll schlecht, Freunde! Egal, ich hab den jetzt ausgerüstet! Der wäre bestimmt noch viel stärker, wenn ich den... Warte mal! Hä? Alter! Was ist das da vorne? Hä? Junge, die besiege ich ja easy peasy, Junge! Und werde viel mehr Coins kriegen! Bam! Komm her! Äh, Freunde! Äh! Irgendwie sind die ein bisschen schwer! Junge! Warte, 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 lass du Lade! Komm schon! Bap, 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 bap! Das ist einfach Kobold hier, Freunde! Und... Nein! Am Ende muss ich einfach einen Boss besiegen! Okay, das werde ich schaffen, Freunde! Das werde ich 100%ig schaffen! Guck mal, wie viele Coins ich von denen kriege! Guck mal, wie viele! Oh nein! Aber ich kann gar keine Winstreak machen! Weil die zu viel Leben haben, Freunde! Okay, das heißt, ich muss hier wieder zurückgehen! Boom, guck mal, ich bin gerade in Super-Syland-Modus! Ich muss noch ein bisschen trägersch trainieren, Freunde! Ich muss noch krasser werden! Hä? Vergiss nicht, Autoslash zu verwenden! Was heißt das? Bam! Noll! Hä? Alter, Autoslash! Hä? Junge, was soll das denn? Bitte sehr! Das geht mir einfach mal den ganzen Kobolde! Bam, bam, bam! Guck mal, Autoslash! Junge, wie viel Damage mache ich bitte sehr? Ey, ich will schneller machen! Hier, bam! Ey, das kostet Robux, Junge, die Ehrenlosen! Bam! Egal, ich mache hier nochmal! Autoslash! Wow! Habt ihr es gesehen? Ich kriege auch ganz viele Pilze plus! Ey, wisst ihr was? Ich glaube, ich hole mir was hier im Store! Junge, alles kostet hier Robux! Das kann doch nicht sein! Ey, ich habe richtig Lust auf was! Oh, lol! Hör, guck mal, ich habe Geschenke! Ich kriege einfach eine Kiste! Und ich habe Coins daraus bekommen! Hey, wie cool ist das denn bitte sehr? Hier nochmal eine Kiste öffnen! Bam! Zack, öffnen! Und 30 Coins, lol! Da habe ich hier sogar ein Glücksrad! Ich kann es einmal drehen! Okay, let's go! Was soll ich kriegen? Komm schon, bitte was krasses! Hoverjet! Lol! Alter! Nein, 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 Minzen-Booster! Einzigartig ist aus hier! Was? Let's go! Alter! Junge, Freunde! Habt ihr es gesehen? Was habe ich mitzunehmen bekommen? Mal 10! Limitiert! Lol! Alter! Junge, ich habe richtig krasses bekommen! Ausrüsten! Komm, let's go! Oh, wow! Let's go, Freunde! Damit werde ich so gewinnen! Keiner hat jetzt eine Chance gegen mich! Bam! Jetzt Autoslash aktiviert und bam! Guck mal, ich mache die One-Hit! Ich mache die One-Hit! Bam! Schaut das, Mann! Hier, 5er-Killstreak! Bam! 7er-Killstreak! Zack! Ey, die haben gar keine Chance gegen mich! Bam! Aber guck mal, hier sind auf einmal solche bösen Pilze! Ey, ich muss den auch noch kriegen! Und da ist der Boss! Ey, ich muss den Boss besiegen, Freunde! Aber mit meinem krassen Haustee werde ich es sowieso schaffen! Äh, warte mal, wo ist mein Haustee jetzt bitte sehr hin? Alter, ich will dich ausrüsten! Hier, ausrüsten! Zack! So, jetzt habe ich das Haustee wieder! Und schau mal, was die schon alles gesammelt haben! Ein Pilz! Was ist das denn? Ein verfluchter Schädel? Was ist denn da für krasse Teile? Egal, Autoslash! Bam, 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 bam! Lol! Hä? Guck mal, wie krass das Pad ist! Schau mal, wie viel Damage ich jetzt mache! Mal 10! Mal 10 Schaden! LOL! Alter, ey, Freunde! Wir werden so stark jetzt! Wegen diesem legendären Pad! Diesem limitierten Pad, das wir bekommen haben! Ich glaube, das hat niemand, Freunde! Let's go! Alter, wir sind einfach die Besten! Was da? Hä? Free Spin? Hä? Leute, machen wir auch gleich direkt! Hä? Alter! Hier, Free Spin! Einmal Free Spin! Äh, Junge, das kostet Pro Books! Alter, wie irren du das sind, die bitte sehen! Nee, ich hab hier schon das Pad! Ich brauch keine Robots ausgeben! Und laut! Und schau mal, schaut mal, die ganzen Coins! Die sammeln mich einfach nicht auf! Ich hab die einfach alle liegen gelassen! Hey, wie dumm! Okay! Wie viel Cash habe ich bis jetzt hier bekommen? Okay! Basteln! Zack! Neu Schwert! LOL! Das ist ein Pilzschwert! Alter, was krieg ich da nach? Warte mal, das wollen wir uns anschauen! Das schauen wir uns an! Hä? Kann ich gar nicht anschauen! Mushtown! LOL! Hä? Ich bin jetzt in Mushtown hier! Und was ist das? Oh, was sind das für die Schwerse? Warte mal, wir schauen uns die an! Was? Was kriege ich mit der OP-Waffen? Schaut euch das mal an! Junge! Alter! Wow! Ey, sehen die cool aus! Freunde, ich will die unbedingt kriegen! Guck mal! Hier, wir kriegen gleich dieses Dings, schon dieses Steinschwert! Guck mal, wie cool das ist! Bam, bam! Hier, Autoslash aktivieren! Bam! Let's go! Ey, die sind schon zu schwach für uns, Freunde! Ich glaub, wir können schon zum Boss gehen! Junge, gar kein Problem für uns! Wir besiegen jetzt den Boss, Alter! Ja? Was will der Boss überhaupt gegen uns machen? Wir sind viel zu stark! Guck mal, Leute, da gibt's sogar eine andere Welt! Ey, die müssen wir auch noch rein! Da müssen wir auch noch rein! Warte mal! Hier, Autoslash, bam! Jetzt gucken wir, wie schnell den Pilz kriegen! Bum, 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 bum! Ey! Das ist ja richtig stark! Junge, Boss, komm mal her, Junge! Wir rasieren dich jetzt! Ja, was willst du machen? Bam, 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 bam! Ey, Freunde, der ist noch ein bisschen zu stark! Ich glaub, das dauert noch! Obwohl, zusammen machen wir das! Zusammen machen wir das! Und guck mal, wie viel Cash ich kriege! Bam, 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 bam! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Alter, der hat mir einfach geholfen, Freunde! Deswegen hab ich richtig viel Cash bekommen! Let's go, jetzt mach ich noch den hier! Bam, 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 bam! Komm schon! Oh, ich krieg sogar noch die Killstreak! Oh nein, oh nein, jetzt muss ich mich beeinflussen! Jetzt muss ich mich beeinflussen! Komm schon, das muss ich es schaffen! Ich muss es schaffen! Und? No, ich hab die Killstreak bekommen! Okay, jetzt hier noch! Hier noch! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Oh! Bam, 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 bam! Bam! Jetzt geschafft, Freunde! Let's go, let's go, let's go, let's go! Hier muss ich auch noch hinkriegen! Bam, hab ich auch noch irgendwo bekommen! Und jetzt den nächsten hier, den nächsten, Freunde! Oh, ich bin so stark! Ey, ich hab so viel Cash! Ey, ich kann mir schon die nächste Welt freischalten, ne? Ey, soll ich das machen, Freunde? Soll ich, soll ich egal? Ich geh jetzt nicht auf die nächste Waffe, ich schalte mir sofort die nächste Welt frei! Let's go, das mach ich jetzt, Freunde! Das mach ich jetzt! Let's go, guck mal, wie viele Pilze ich schon hab! Alter, wir sind so stark! Freunde, ey, dieses Pad, dieses unnormal, krass! Ich glaub, ey, das ist das Heftigste! Deswegen werden wir grad die ganze Zeit so heftig! Komm schon, let's go, let's go, let's go! Und ich würd sagen, wir gehen gleich in die andere Welt! Wir gehen gleich in die andere Welt und dann kriegen wir das OP-ste Schwert von allen! Guck mal, ey, wie stark sind wir jetzt schon? LOL! Ey, wir sind vierter Platz! Junge, wir sind ja richtig schnell stark geworden! Alter, wie stark sind wir? Guck mal, ey, wir sind einfach Super Saiyajin! Wow! Kommt, und jetzt, wisst ihr was? Ich geh jetzt hier einfach nach oben und hol mir direkt die nächste Welt, Freunde! Drei, zwei, eins und null! Hä? Junge, ich kann dich nicht freischalten! Freunde, warum klappt das nicht? Ich glaub, ich muss mit meinem Schwert hier in dieses Schlüsselloch... Komm schon, bam! Hey, das klappt nicht, ich hab nicht genügend Energie, Freunde! Ey, wisst ihr was? Lass ein Abonnen leichter, damit ich da jetzt rein kann! Auf drei, zwei, eins und null! Komm schon, Freunde, bis ein Abonnen leichter lassen! Warte mal, wer war das bisher? Was? Wo Krieg denn da reingegangen ist? Nein, nie im Leben! Ey, Freunde, lass ein Abonnen leichter! Komm schon, komm schon! Ey, ich hab genügend Energie! Komm schon, let's go! Jetzt geh ich da rein! Und komm schon, bam! Teleportieren! Ruinierter Wald! LOL! Wie sieht's hier bitte sehr aus? Alter, der sieht richtig gruselig aus, Freunde! Junge! Aber, ey, weil mal einer will mit mir handeln! Äh, ich geb dir den Doggo, Freunde! Hier, bereit! Gib mir was bitte, was richtig krass ist! Hä? Geht abgelehnt, Junge! Wie ehrenlos bist du bitte sehr! Aber, Leute, schau mal! Ey, ich hab mir Pads gekauft für 25.000! Was, die kosten so viel? Ey, die kosten so viel, wie man hier in die Welt reingehen kann! Egal, Autoslash! Wow! Okay, ey, Freunde, die sind richtig stark, Mann! Warum sind die so stark? Junge, ey, ich krieg die nie im Leben! Die sind viel zu stark! Ey, aber ich brauch nur ein paar, ich brauch nur ein paar Kölzer, kann ich mir krasseres Pad holen! Komm schon! Bam, 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 bam! Ey, ich muss sie kriegen, Freunde! Bam! Komm schon! Komm schon, Freunde, ich muss stark genug sein! Ich muss stark genug sein! Bam! Let's go! Wow! Alter, wie viele Coins hab ich bekommen! Okay, Freunde, wisst ihr was? Ich hol mir jetzt Pad danach, ich hol mir direkt dieses Schwert, Junge! Bam! Hier, Pad holen! Erstmal Pad ist wichtig, Freunde! Pad immer das Wichtige! Ich sag euch, wenn ihr was macht, immer direkt Pad holen! Weil das ist das OP-ste! LOL! Ich hab keines bekommen! Ey, ich hab den seltenen Geist bekommen! Okay, der ist gar nicht mehr so häufig! 14% nur Chance! Und, Leute, guck mal, da unten! Alter, der ist ja übelst heftig! Warte mal, ich schau mal, wie krass der ist! Und? 11 Boost! Was? Was? Als wenn! Junge, guck mal! Der gibt mal 10 Boost! Ey, warte mal, hä? Junge, der ist ja... Der ist ja... Der ist ja Ultra-OP, Alter! Schau dich den mal an! Hä? Junge, der gibt einfach mal 2,2 und der gibt schon mal 10! Okay, wir haben was gezogen, was ultra-broken ist und was ultra-OP ist! Okay, ich glaub, deswegen waren wir so OP-Freunde! Egal, wisst ihr was? Wir haben einfach mal 10 Boost bekommen! Was kann man hier mit so denn machen? Lol, mal zwei Geschwindigkeiten! Was ist das hier? Hä? Alter, was ist das? Ey, ihr habt keine Ahnung, was das ist, Freunde! Wir erledigen hier diesen gruseligen Geist! Komm, du hast keine Chance gegen uns! Bam, bam, bam! Ey, Leute, ich seh grad, wir kriegen hier jetzt noch wieder eine Belohnung! Ey, die müssen wir sofort einsammeln, ne? Und die tägliche Belohnung sogar auch hier! Wir können jetzt sofort die Münzen! OP-Haus hier kriegt man hier fast! Junge, das können wir auch gleich kriegen, vielleicht! Okay, let's go! Äh, warte mal! Äh, äh? Äh, Freunde, ich glaub, wir haben einen kleinen Bug gemacht! Junge, schaut euch das mal! Wie viel Kreuz haben wir? Alter! Bam! Dreck kaufen! Dreck kaufen, Freunde! Let's go! Let's go! Oh, wow! Ey, guck mal, mein Schwert ist ab! Ey, Freunde, wir werden auch so krass! Junge, welcher Platz sind wir jetzt hier? Wir sind auch immer vierter Platz, Freunde! Leute, wir überholen die gleich! Killstreak! Lol! Hä? Ich hab schon sechsener Killstreak! Und die anderen haben... Die haben sechsen Eggs, Junge! Das ist ja viel zu krass! Aber das können wir auch gleich schaffen, Freunde! Können wir auch gleich schaffen! Guck mal hier! Wir schauen jetzt mal ganz kurz hier bei diesen Schwertern! Bam! Wie viel kostet das nächste? Zwei... Ey, das kostet ja einmal so viel! Aber ich brauch richtig viele... Ey, was brauch ich dafür? Diese Edelsteine! Dafür muss ich mehr Geister besiegen! Aber, Freunde, ich bin zu stark, Freunde! Ich bin einfach zu stark geworden! Hä? Ich brauch krassere Pets, Mann! Junge, ich kann, glaube ich, jetzt schon einen Boss besiegen! Ey, Freunde, soll ich das gleich machen? Junge, ich bin viel zu krass, Freunde! Ich kauf mir noch ein Pet, Freunde! Hier zack, 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 habe ich hier alles ein! Bam! Guck mal, die ganze Killstreak, ich kriege ultra viele Münzen! Ey, ich glaube, ich kann erreichen die andere Welt, ne? Vier Millionen kostet das... Ne, das dauert auch ein bisschen! Ich hab erst 300.000! Aber ich hab schon voll viel, Freunde! Hä? Junge, schau mal, ich geh jetzt hier hin! Und... Nein! Ich kann mir sofort das nächste Schwert kaufen! Lol! Ey, und guck mal, die nächsten Schwerter! Wie cool die aussehen! Lol! Ich hab so... Ich hab so einen Pharao aus Ägyptenschwert! Junge, Alter! Und guck mal, wie stark das ist! Ey, ich gehe direkt zu einem anderen! Hä? Die Geister sind total... Und diesen One-Shot, Freunde! Diesen One-Shot! Alter! Ey, ich kann mich sogar meinen Pets upgraden! Wisst ihr was? Ich hol mir hier noch ein Pad, zieh, zack! Gar kein Problem für mich! Ich hab so viel Cash, Freunde! Bam! Direkt noch ein Pad! Boom, Junge! Und so lange trainiere ich die ganze Zeit! Ich hab ein Schwein bekommen! Hä? Okay, Freunde! Das ist ja komplett schlecht! Egal! Nochmal! Let's go! Ich krieg das richtig krasses! Und... Boom! Ey, ich hab schon wieder ein Schwein bekommen! Nicht in Ihrem Ernst! Egal! Komm! Nochmal! Ja, ich krieg jetzt auch ein Pad! Jo, ich sag euch! Ich werd so lange ziehen, bis ich hier kein Schwein mehr krieg! Und... Lol! Alter! Nein! Nein! Was? Was? Freunde, was hab ich bekommen? Als wenn! Als wenn! Bam! Ich rüst das sofort raus! Am besten alle ausrüsten! Und ey! Das ist ja mal mega OP! Das ist einfach episch! Richtig geringe Wahrscheinlichkeit! Aber dieses legendär, dieses mythische, limitierte Item! Freunde, das war so OP! Ich weiß nicht, wie ich das sofort bekommen hab! Jetzt testen wir direkt uns zu stärken dagegen! Boah! Alter! Junge! Wir machen die One-Hit! Ey, nicht One-Hit! Wir machen die in drei Sekunden vielleicht! Aber wie stark ist der bitte? Jungen, warum ist der so stark, Freunde? Äh, 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 ist der so stark? Warte mal, das müssen wir uns basteln! Hä? Wir müssen das nächste machen! Guck mal, der hat jetzt dieses Schwert, was ich haben will! Jungen, wie OP ist das bitte sehr? Was hat der für ein Schwert? Warum macht der? Guck mal, der macht so viel Damage bei den Leuten! Egal, ich mach mir das jetzt auch, Freunde! Ich mach mir das jetzt auch! BAM! Let's go! Ich hab's mir jetzt auch gemacht! Und damit bin ich jetzt richtig, richtig OP! Leute, schau mal! Ey, hier gibt's einfach krass Inseln! Ey, wir kommen heute auf jeden Fall noch bis Frosthal oder gestrahlte Länder! 100% Freunde! Wir werden noch alles rasieren! Guck mal! Den Typen rasieren wir auch! Der Toast als Pet, Junge! Der ist so richtig schwach! Hä? Wir rasieren den komplett rasst! Guck mal, was denn... Ja, wir haben jetzt auch dein Schwert, ne? Jetzt bist du nicht mehr so krass, ne? Ja! Guck mal, du Noob, Alter! Egal, wir machen jetzt hier alles gerade... BAM! BAM! Jungen, wir kriegen richtig Plus, guck euch das mal an! Let's go! Ey, sollen wir den Boss besiegen? Freunde, sollen wir den Boss besiegen? Guck mal, Alter, wie krass hier krass aussieht der aus, Freunde! Junge, ey! Egal, Freunde, den schaffen wir! Den schaffen wir easy peasy! Gar kein Problem für uns! Slam ist crazy, Freunde! Hä? BAM! Waldfächer! Du hast geile Schotze gegen uns, Junge! Wir rasieren dich! BAM! BAM! Lass allen einen Like da anschauen! Komm schon! BAM! Let's go! Wir haben ihn bekommen! Wir haben ihn bekommen! Und schaut mal, wie viele Coins wir bekommen haben! Und schaut mal, ey! Wir lassen die Gastelung zu Coins einfach liegen, Junge! Wie blöd ist das denn bitte? Sehr egal, Freunde! Ihr seht so schlimm, Junge! Ey, ich will mal mit irgendwem handeln, Junge! Guck mal, hier! Wir schicken jetzt jedem Anfrage! Hier! Anfrage schicken an jeden! Junge! Warum brechen die alle ab? Hä? Warum brechen die alle ab, Junge? Ihr seid ja richtig ehrenlos! Wisst ihr das? Lass! Guck mal! Ey, wir machen dem jetzt Damage! Lass! Guck mal, wie viel Clash wir kriegen! Und ey, wir stauben die jetzt einfach richtig ab, Junge! Hä? Wir stauben jetzt richtig ab! Und BAM! Äh, warte mal! Hä? Ich hab einen Hauer-Bot bekommen! Lass! Und ich hab ein richtig krasses Pet bekommen! Obwohl ich den nur abgestaubt hab! Hä? Wie krass ist das denn bitte sehr? Äh, Lass! Äh, kann ich gar nicht benutzen! Ich glaube, ich kann das jetzt hier krasser machen, das Pet! Junge! Was? Ich hab einen Millionen Cash, Freunde! Ich hab einen Millionen Cash! Komm, bitte! Let's go! Ey, ich mach jetzt... Äh, nein, das kostet voll viel! Voll unnötig! Hä? Let's go, Junge! Wisst ihr was? Ich mach jetzt hier einfach weiter! Bam, bam, bam! Ich hab so viel Cash! Das gibt's gar nicht! Alter, 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 alter! Und Guck mal! Hier, warte mal! Poseidon! Schließt den Quest ab! Bleiben Sie im Spiel! Okay, Leute! Jetzt können wir heute schaffen! Töte den Boss! Ja, haben wir gleich alle! Zack! Und wisst ihr was? Ich hole mir sofort das nächste Schwert! Let's go! Wow! Warte mal, wie heißt das, Freunde? Ich will's mir anschauen! Hier, guck mal! Alter, ist das krass! Er hat irgendwelche mythischen Schriftzeichen auf dem... Und schau mal! Ich hab ein besseres Schwert als der jetzt! Ich hab jetzt ein besseres! Und ich bin jetzt viel krasser als der! Gerade eben, Freunde! War der noch krasser als ich! Jetzt bin ich krasser als der! Schaut euch das mal an! Haha! Junge, ich bin viel krasser als der! Ja, was machst du jetzt, hä? Guck mal, das ist ein Hard-Boss! Ja, ich krieg ich easy, weil ich so krass bin, ne? Und wisst ihr was? Ey, ich fahre mir jetzt einfach, bam! Let's go, Freunde! Hey, Junge, wir sind so OP, Alter! Das gibt's gar nicht! Hier, Quest... Ja, ja, Junge! Ey, ich hab die Quest schon hier fast erledigt, Alter! Hier, Freunde! Ich hab mir direkt hier... Ja, ich hab mir gleich einen super OP-Chess kriegen! 8,4! Warte mal, wenn ich hier jetzt diese Chess eröffne, was krieg ich daraus? Und... 18.000! Ey, es ist voll schlecht, Junge! Wir sind schon viel krasser, Freunde! Wir haben einfach unser Hauer-Bot! Und damit sind wir so OP! Ey, jetzt go, warte mal! Ich glaub, wir sind krass, oder? Immer ein fünfter Platz! Noch immer ein vierter Platz! Ach, das kann nicht sein, Freunde! Nein! Junge, ich will die überholen! Ey, ich will Erster werden! Das ist heute mein Ziel, Junge! Das kann nicht sein! Warum verliere ich hier? Junge! Aber egal! Schau dich das, Mann! Ich hab das genügend! Und gleich gehen wir in die verfluchten Inseln! Die verfluchten Inseln! Ey, die müssen so OP sein! Warte mal, wer ist das, Freunde? Sag mir nicht, das ist Ukri! Junge, ist Ukri! Nein, das ist gar nicht Ukri! Leute, ich sag grad, das ist Ukri, Junge! Ey! Wenn Ukri in der nächsten Inseln ist, wir machen den fertig, Junge! Wir werden gegen den Gewinn, Junge! Ihr wisst ganz genau! Rot, beste Farbe! Und schau mal, wie viel... Ey, ich krieg eine Million Münzen! Lol! Alter, wie OP bin ich bitte sehr? Junge, ich bin so OP! Guck mal! Bamm, 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 bamm! Guck mal, wie easy der ist! Guck mal, wie easy der ist! Ey, wisst ihr was? Ich fahr' mir jetzt noch ein bisschen davon, damit ich jetzt noch ein bisschen Cash kriege! Und ich kann sogar schneller schlagen, aber das kostet Frohbox, Freunde! Und ihr wisst ganz genau, ich, dem Lucky, ich cheat' niemals rein! Ja, Freunde, wir cheaten wirklich niemals rein! Ich cheaten wirklich, Freunde! Ey, hört auf! Ey, denk gar nicht, okay? Ich cheat' nie, Freunde, okay? Das ist gelogen, wer das sagt! Ey, stimmt nicht, Freunde! Und wisst ihr was? Zack! Ganz schön, das krasseste Schwert! Hä? Zerfetzt das Katana? Junge! Das ist das Schwert, was ich am Anfang bekommen hab! Oh nein! Oh, alte Bergsteinklinge! Ich kann gleich das krasseste Schwert von allen kriegen! Nicht deren Ernst! Dafür brauche ich aber richtig viele! Und wisst ihr was? Nächste Welt! Bam! Teleportieren! Verfluchte Inseln! Boom, Junge! Ich will jetzt alles rasieren! Oh, hier gibt es richtig krasse Piraten! Ja, kommt doch her! Ja, kommt doch her, Junge! Junge, die attacke ich mich auch schon, Junge! Warum sind die so P? Aber ich krieg die Skelette des Kapitäns! Junge, sie sind einfach verflucht! Egal, ich werd die kriegen, Freunde! Ich werd die kriegen! Äh, warte mal, hä? Äh, lol! Ich hab das letzte Schwert gar nicht bekommen! Hä? Junge! Ey, ihr habt sie gar nicht bekommen, Freunde! Äh? Ey, da musst du dich doch freischalten! Egal, Freunde! Ich schalte... Ich schalte jetzt sofort das nächste krassere Schwert frei! Hä? Ich mach das jetzt ganz easy! Guck mal! Ich zerstöre ihn! Bam, 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 bam! Ey, wie krass sind wir bisher geworden? Wir können gleich ein richtig heftiges Pet holen! Okay, sag, warte mal! Erstmal will ich ein krasses Schwert bekommen! Wir müssen nur noch den zerstören! Komm schon! Bam, 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 bam! Das dauert nicht mehr lange, Freunde! Ey, das sind richtig krasse Bosse! Trotzdem erlege ich die im Nu! Und komm schon! Bam, bam, bam! Let's go! Ich glaub, ich kann mir das nächste Schwert gönnen! Ich glaub, ich kann mir das nächste Schwert gönnen! Warte mal, wie viel fehlt mir noch? Ey, nur noch... Ey, nur noch 10, Junge! Das dauert für lange! Warte mal, ey! Ich glaub, ich hab ne bessere Idee! Pets ist immer das Wichtigste! Let's go! Ich hab wieder was bekommen! Ey, ich muss noch einen Kill, dann krieg ich das, oder? Lol! Schau dir das mal an! Ey, nur noch 1, Junge, nur noch 2 Stück! Bam! Let's go! Let's go! Ich hab das bekommen! Und bam, basteln! Let's go! Ey, das ist einfach ein Piraten-Schwert! Ey, das sieht aber gar nicht so krass aus! Hä? Ihr habt voll viel mehr erwartet, Freunde! Seid ihr ganz ehrlich! Äh! Egal, wisst ihr was? Ich kümmer jetzt das hier! Lol! Alter! Davon gar nicht mehr richtig viel! Ein Piraten-Pet-Ei! Lol! Bam! Ungewöhnlich! Mann, ich krieg immer nur ein Mist raus! Obwohl, die, Freunde, ich krieg eigentlich... Ich hab immer voll viel Glück! Guck mal, das ist nicht immer das Schlechteste! Okay, let's go! Wir ziehen nochmal direkt! Und ich glaub, das ist richtig OP! Junge, wenn es in der nächsten Welt ist, dann ist es immer OP! Gewöhnlich, Junge! Piraten-Kapitän! Maggi-Di-Raffi, Freunde! Wenn ihr auch um Peace geschaut habt, schreibt mal in die Kommentare! Hey, Schick-Zorro ist der Beste! Okay, let's go! Ich würde sagen, wir machen hier direkt nochmal! Zack! Hier normal, Freunde! Wir haben halt so viel Cash, Junge! Ich will hier ein episches Eid kriegen! Komm schon! Und wir spielen Glück! Und... Ach, Junge, ich hab wieder einen Piraten-Kapitän bekommen! Junge, warum krieg ich jetzt einen Piraten-Kapitän? Egal, Freunde! Wisst ihr was? Junge, ich glaub, das, was wir bekommen haben, ist richtig krass! Und ich rüschte es jetzt aus! Lol! Alter! Junge, dieser Papagei ist ja ultra OP! Junge, warum ist das so krass? Hä? Äh, nein! Nicht in Ihren Ernst! Freunde, ich mach dir fast One-Shot! Hä? Junge, wie krass bin ich bitte sehr geworden? Alter! Äh, Freunde, wisst ihr was? Wir rushen jetzt durch bis zum Boss, Junge! Hä? Junge, ey, sind wir OP! Alter, wie OP sind wir bitte sehr? Ey, das gibt's nicht! Das gibt's einfach nicht! Wie krass sind wir? Bam, 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 guck mal! Ey, wir sind schon einfach alle! Junge, wir sind jetzt schon so krass geworden! Das ist einfach unmöglich! Was ist das für ein Schwert da, bitte sehr? Nein, warte mal! Was können wir da machen? Upgrade! Super OP! Ultra Upgrade! Upgrade Statistik! Äh, hä? Was ist das denn bitte sehr? Junge, brauche ich gar nicht, Freunde! Hier, guck mal! Krankenboss, Junge, komm her, Alter! Ey, ich hab gar kein Problem gegen dich! 35 Millionen Leben, wir machen das schon! Freunde, ey, wir sind dritter Platz! Wir werden richtig krass! Schon mal da vorne ist einer! Ey, den will ich besiegen, Freunde! Den will ich besiegen! Freunde, falls ihr mit uns zusammen sehen wollt, lasst ein Abo und ein Like da! Vergesst euch, unsere andere Kanäle abzuschicken! Jeden Tag, ob ein cooles Roblox-Video auf meinem Kanal! Checkt mal O-Kram, mit dem mach ich auch immer coole Videos! Und jetzt würde ich sagen, Freunde, falls ihr noch eine Folge sehen wollt von diesem Simulator, lasst ein Abo und ein Like da! Und jetzt drückst du euch das nächste Video! Ich besiege jetzt den Krankenboss, Junge! Bam, bam, Junge! Das ist ein Hi-Fish-Boss! Wir sehen uns im nächsten Video! Schreibt an die Kommentare, ob ihr noch ein Party wollt!